So Leute, sind wir beim nächsten Booster. Ich habe nochmal Modern Ryzen 2 Set Booster rausgekramt. Dem wir das letzte Mal ja schon mal irgendwann so ein echt krasses Collector Booster hatten. Müssen wir uns nochmal Set Booster haben. Oh, ein Engel! Was ist das für ein Engel? Was ist das für ein Engel? Ist das hier? Genau, Zeras Emissary. Dann haben wir im Forest Slackwood Bridge. Kommt getappt ins Spiel. Unzerstörbar. Tappen für ein grünes oder rotes. Rift Saurer. Dramana 1-3. Tappen für Mannheimdierfarben. Mit Suspend für ein grünes 2-2. Okay, aber er kommt hier mit Eile rein. Sogar worth it. Eigentlich sogar worth it. Gargardon. Okay, unser Set Booster hat das Theme Rot-Grün-Suspend. 7-Mana, 7-5 Trampel mit Suspend für 2-Mana und 4. Haben wir noch eine Suspend-Karte? Ne, wir haben eine rote Karte. Galvanic Relay. 3-Mana-Sauce, wie wir exilieren die oberste Karte unserer Stacks. Bis zum nächsten Hochschrank werden wir die Karte spielen. Mit Storm. Sehr, sehr gut im Storm, also im Ante nicht, aber im Tess. Medalken. Infiltrator hat 2-Mana 1-3. Kann nicht geblockt werden. Und kriegt plus 1, plus 0, solange man 2... Ne, 3 oder mehr hat der Faktor kontrolliert. Boring. Filigree Attendee. 4-Mana-X-3. Wobei X die Anzahl an Artefakten ist, die man kontrolliert. Okay. Mitfliegend. Der Underworld Cookbook. Als das rauskam mit Asmo, haben die Leute ganz hart aufgeschrien. Krass. 1-Mana-Artefakt tappen. Wir werfen eine Karte ab, kriegen einen Food-Token. 4-Mana. Wir können das Ding opfern und können Kredos und Friedos sich auf die Hand nehmen. Ja, das war damals ein richtig krasses Deck. Die ersten paar Wochen im Modern. Seitdem nie wieder gesehen. Garth One-Eyed. Genauso ein Riesenaufschrei. Einmal Wuburg. Wer es nicht weiß. W-U-B-R-G. 5-5. Tappen. Wir suchen uns eine Karte aus, die sich noch nicht ausgesucht wurde. Disenchant, Braingazir, Terror, Sheevan Dragon, Regrowth, Black Lotus und kriegen eine Kopie dieser Karte. Die können wir casten. Wichtig hierbei ist, Braingazir und Black Lotus sind halt Reserved-Discarten. Deshalb gab es damals einen Riesenaufschrei. Ja, lassen wir das. Soulsnare. 1-Mana-Enchantment. Für 1-Mana können wir das Ding opfern und eine Karte, die uns angreift. Oder einen Planesburg, der wir uns angreifen. Exil. Ist nicht schlecht. Dann haben wir einen Shatterstorm in Old Border. Für ein grünes und farbloses kriegen wir ein 1-1-Quirrell mit Storm. Auch sehr, sehr gut. Und wir haben Step-Through. 5-Mana-Sourcery. Wir bringen eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück mit Wizard-Cycling. Wir können dann einen Wizard-Karte aus dem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Und... Oh mein Gott. Ich sage es immer wieder. Die Liste ist cool. Die Liste ist wirklich cool. 4-Mana, 5-5-Trampel. Immer wenn eine Source diesem Obliterator Schaden zu fügen würde, muss der Spieler dem so viel Schaden sowie genauso viele Permanente opfern. Ha. Ha. Da. Eine Karte von der Liste in Mythic. Hammer. Ich liebe die Liste. Deshalb Set-Booster, Leute. Collector-Booster. Scheißegal. Draft-Booster. Scheißegal. Ne. Set-Booster. Set-Booster. Way to go. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.